Guten Morgen Leute, Willkommen zum Granny 2. Okay, was ist denn da unten alles? Okay. Ah, das sind Sprecher. Okay, gehen wir mal da hin. Was sind hier? Und? Okay, gehen wir mal nach oben. Okay, wir sind hier angekommen. Und ihr wisst auch, dass ihr viel gemacht habt. Okay. Was ist hier? Oh, okay. Gehen wir mal nach unten. Okay, wir sind unten angekommen. Und jetzt so. Und zack. Und machen wir hier auf. Und? Hier geht es auf. Okay. Okay, wir sind also hier. Genau gesehen wie viele. Und ihr seht auch. Nein, wie viele es auch. Oh, eine Zange. Okay. Gehen wir mal nach draußen. Oh, wir sind angekommen. Oh, wir sind angekommen. Machen wir das hier. Okay. Okay. Wir sind also hier gemacht. Also gehalten. Und. Ihr seht auch, wie viele. Ihr wisst auch genau. Mit der richtigen Zeit auch gemerkt. Angefangen ist. Okay. Oh, alles schon aufgeräumt. Okay. Oh, alles schon aufgeräumt. Okay. Und. Wir gehen mal. Hier lang. Wir gehen mal hier. Oh. Haben wir noch Zeit? Okay. Okay. Dann gehen wir mal hier lang. Okay, wir haben. Okay, das da. Und. Und, ihr wisst auch. Ganz viele will mal nach unten gehen. Okay. Okay, gehen wir mal nach unten. Okay. 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 Wir sind hier. Okay. Gehen wir wieder. Gehen wir mal nach links. Und. Wir sind hier. Okay. Hier ist nichts. Okay. Und. Ihr seht auch richtig viel. Okay. Und. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Also gut. Okay. Hier ist nichts. nicht. Also okay. Okay, das brauchen wir viel. Okay, warte mal. Gehen wir mal hier lang. Okay. Gehen wir mal in diese Richtung. Okay. Ist schon mal das. Also hier. Von hier. Und ihr seht auch, er ist richtig viel. Okay. Ist schon mal nichts. Da wisst ihr auch noch mal wie viel. Und ist richtig viel. Und da haben wir einfach noch nicht. Okay. Moment mal, wir haben erst mal das dabei. Und ihr seht auch, er ist richtig viel. Ja, seht ihr auch. Okay, gehen wir mal hier lang. Oh, jetzt ist man zu. Oh, ein Taser. Und ihr Taser. Okay, gehen wir mal nach draußen. Und ihr seht auch richtig davon viel ab. Also in Ordnung so. Wisst ihr auch noch mal in der richtigen Zeit. Habt ihr gesehen? Okay, Okay. Dann müssen wir hier nochmal abtasern. Okay. Es ist kein Weihnachten mehr. Okay. 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 Warte mal. Okay. Gehen wir mal hier lang. Und wir gehen mal hier. Hier lang. Okay. 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 Und ihr seht auch davon viel. Und ihr seht davon auch. Wie viel. Okay. Okay. Hier sein Zuhause. Und hier sein. Hier kann man sich abnehmen. Wenn er müde ist. Okay. Hier haben wir den Schlüssel. Okay. Und ihr. Machen wir die Tür zu. Okay. Und ihr seht davon auch. Wenn es wieder zu sehen. Und ihr wisst auch. Ihr grüßt. Okay. Was ist hier drin? Oh. Ein Tank ist da drin. Und hier hat man auch gesehen. Gut. Okay. Und das war's mit dem Video. Und wenn es euch gefallen hat, dann doch noch unter Schnell abholen. Wir sehen uns morgen. Bis dahin. Und tschüss. 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 Tschüss.